Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück, lang ist es her und heute gibt es mal wieder ein Let's Play. Ja, juhu. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange genug davor gedrückt, mit Erfolg bis jetzt. Aber ja, irgendwann muss man es ja mal machen, ne? Ja, gerade kein Thema, worüber ich reden könnte. Ah, du Kacke. Ja, das Aim hier in diesem Spiel ist ziemlich krass, ne? Ich glaube, meine Sound-Einstellung sind immer wieder so, wie ich es so haben möchte, und zwar perfekt. Nur das Beste für euch. Ne, das will man auch. Ach, du Kacke, Alter. Wer den für'n Aim hat. Ach, du Kacke. Ist er richtig overpowered hier. Rasiert hier alle weg? Sogar mich? Ich bin ne Frau. Wieso ist das Verbrechen? Ich brauche es zu sein. Ja, geil, ne? Erstmal fetten Kill kassiert. Vorne ist er. Habt ihr ihn auch gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ich hasse diese F-Test. Gewohnheit von Counter-Strike. Äh, Waffe, Mann. Nie gut. Oh, ii. Gift. Giftgas. Gibt's ja auch. Ich cappe und warte. Aua. Ja, ich hab nicht versucht zu campen. Ich hasse die F-Taste. Scheiß Angewohnheiten. Ja. Nur weil ihr meine Abstimmung ja ignoriert habt bei diesem All-Musik-Video, frage ich jetzt mal, was ihr eher habt wollt. Musik oder Let's Plays, wo ich verwirrt irgendwelchen Dreck laber, weil ich nicht weiß, was ich labern will. Also, ist ganz euch überlassen. Das heißt, ähm, ah, schreibt's in die Kommentare, was ihr gekültet habt. Ob ihr lieber Let's Plays hättet oder Musik-Video. Äh, Musik ist irgendwie leichter. Weil Let's Plays für euch immer wieder. Ich mein, wieso nicht? Und wenn ihr mit mir zocken wollt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Mach ich nämlich auch liebend gerne. Musst du mir halt nur sagen, wann und welches Spiel. Ob ich das hab oder nicht. Ob ihr's habt oder nicht. Ja, bin ich dabei. Ach, die Farmers. Alter, was für Waffen die haben. Da werde ich ja glatt neidisch hier. Spiel mal weiter gut. Na, Elton Seas. Go, Schrotze. Ja, ich weiß, die Grafik von diesem Spiel ist ziemlich kacke. Aber dafür macht das Spiel auch ziemlich viel Spaß. Soll der negative Aspekt auch Hacker sind. Nicht zu viele, nicht zu wenig. Eigentlich schon fast... Äh, perfekt. Ja, das sind Skills, die ich nicht mehr ausweise am Tag. Richtig krasses Aim-Hack. Ich bin scheiße. Okay, was euch aufgefallen ist. Also wenn ihr das Spiel hier öfter seht, was ich rollen kann, dann müsst ihr mir das sagen. Mir macht's Spaß, wenn's euch Spaß macht, zuzugucken. Dann macht mir sowas auch Spaß. Ja? Aua. Ja, ich brauch meine Lieblingswaffe wieder, weil sie ist so teuer. Guckt euch mal diese Glo... Alter, ich hasse die F-Taste. Guckt euch mal diese Glob an. Die hat doch was, oder? Ich find nicht. Ich find sie scheiße. Guck mal hier, noch eine Frau. Frauen im Krieg. Was haltet ihr davon? Ich sag, es ist okay. Da werden jetzt nicht alle Männer in unserer Schule schwul. Nichts gegen Schwule. Spaß. Ja! Gerann hat... Oh, 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 der war böse. Der war böse. Das war böse. Was war das denn? Durch die Wand! Report. Sofort reporten. Hack. Ne Spaß. Ach, du meine Güte. Schon sechs Minuten rum. und ich labere nur verrückte Kacke. Oh mein Gott. Ich bin einfach mal so schlecht. Das ist nur so ne ziemliche Kackwaffe. Why? Sowas mein ich. Hacker. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ich hab jemanden. Hitte! Ja, ich sag nur. Äh, Call of Duty Reflex direkt nachladen nach dem Kill. Tut mir leid. Rolls mal. Ich entschuldige mich. Ihr könnt mir ja sagen, falls ihr ne Challenge sehen wollt von mir in irgendeinem Spiel. Nehme ich die Herausforderung an. Also Company of Heroes. Fire in the Hall. Oder hier in diesem Spiel irgendeine Herausforderung. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Ich werde sie anziehen. Boah, ihr seht es sind nur noch zwei Minuten. Und in der Zeit muss ich jetzt mein im Kopf zusammengewürfelte Kacke zu Ende labern. Ja. Wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich nen Daumen nach oben da. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Natürlich sehr freuen. Yo. GG. Wir haben gewonnen. Ja. Einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst nen Kommentar da und nen Daumen nach oben. Wer meinen Channel noch nicht abonniert hat, abonnieren nicht vergessen. Und. Ja. Wie gesagt, wenn ihr mehr Let's Plays sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es mehr Musikvideos geben soll, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin. Achso. Bevor ich es vergesse. Es gibt jede Woche ein Video oder zwei. Je nachdem. Tschö mit Ö.